Das sind die Türen für groß und klein. Hier ist der Mensch mal ganz allein. So ganz alleine ist er nicht. Ein Röllchen tut hier seine Pflicht. In jeder Tür bequem zur Hand die hackle Rolle an der Wand. Ach so, natürlich. Das Papier gehört zu der gewissen Tür. Man kennt es daran, dass jedes Blatt zwei ganz verschiedene Seiten hat. Die eine rau, im Griff bequem, die andere zart. Wie angenehm. Das ist die echte Hackle-Art, weil Starkes sich mit Weichem paart. Und deshalb ist in jedem Falle Hackle richtig für euch alle.